Geist! 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 Doch, ich hab sie gesehen, na beruhig, die Wismarbeiter Zeitung. Geist, komm heran zu uns! Das ist die ganze Zeit. Hallo, was ist denn? Was ist los? Ich habe Geister gesehen. Es gibt keine Geister. Doch, aber ich habe sie gesehen. Es gibt Unerklärliches, aber es gibt keine Geister. Wirklich an Geister glaube ich nicht, sondern nur wenn ich an etwas glaube, dann glaube ich an einen Heiligen Geist. Also dass Gott immer in der Form des Heiligen Geistes zu uns sprechen kann. Also ich glaube nicht an Geister, aber ich glaube an Gott und tritt an Dinge, die man natürlich selbst nicht erklären kann. Also ich finde, dass die ganzen Geister-Geschichten bei Angstmacherei sind. In der Pfarrer Sankt-Ressi habe ich gelernt, dass es eigentlich nur den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist ist dafür da, dass wir zusammenhalten, dass wir eine gute Gemeinschaft bilden. Und er hilft uns allen schwierigen Situationen und er hilft uns auch eine Persönlichkeit zu entwickeln. Je mehr man an Geister glaubt, desto mehr hat man Angst. Und wenn man an den Heiligen Geist glaubt, dann kriegt man Mut und Zuversicht und hat nicht so viel Angst. Wenn man an den positiven Geist glaubt, kriegst du eine positive Einstellung. Aber wenn man an den negativen Geist glaubt, dann ist es halt so, dass du mehr Angst hast vor der Welt. Jeder, wenn sich selber verantwortlicher war, sich positiv oder negativ entwickelt und welchen Geister in die Welt hat, als ob er den Heiligen Geist in den Welt hat oder den schlechten Geist.